so weiter geht's ich muss zuerst gucken harry hatte wieder ein paar vorschläge absol und arkani und wie ich harry kenne hat er seiner falschen richtung gesagt also noch mal so aber ich glaube das ist falsch herum ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher die an füße mal auf alle fälle erst mal kokowai und diktri und kokowai also harry hat es denn sechs köpfe oder neun köpfe es ist das was du gesehen hast okay geht wieder ich hätte gerne das absol akani mitgenommen aber ich weiß nicht ich habe nichts was ich wo ich sage das würde ich jetzt weg tun als allererstes habe ich auch eine idee und zwar fliegen wir jetzt richtung wir fliegen jetzt hier hoch und guck mal ob wir das zappt das bekommen und wenn wir das nicht bekommen oh mein gott den finde ich so cool aber ich hatte damals die falsche edition deswegen habe ich das nie bekommen das war easy das wollte ich nicht aber ja okay kann man so lassen wenn ich ein großer britzelvogel wäre wo wäre ich mein gottes areal ist schon wieder groß und es kommen viele encounter das war üben falsche taste ich spreche französisch oh ja ja wohl hatte der nicht sogar eine entwicklung oder bin ich gerade blöd es ist viel zu glücklich mit seiner existenz es sieht so gewollt aus wenigstens kommt mein witziges vieh ist das eine lektik ich habe aussersehensfalsche pokémon gefunden oder ich könnte kotzen wenn wenigstens nicht ständig pokémon kommen würden dann wäre das ja alles eine entspannte sache aber so allein sagt nicht dass die jetzt alle finden muss also dann macht doch wenigstens die random and car encounter weg was bist du denn so kurze zusammenfassung für euch ich musste für dieses tor batterien sammeln die jeweils 20 prozent power bringen ich kann das ganze auch mit elektro attacken machen allerdings besteht dann die gefahr wie it has no power ok bei elektro attacken hat auch die gefahr bestanden dass es einen kurzschluss gibt und dann ich glaube 15 oder 20 prozent wieder fehlen und die elektro attacken elektro attacken laden auch nur fünf prozent auf oh mein gott jetzt ist team rocket die ich verrecke das erklärt warum die batterien da nicht drin waren ein was elektro attack mit einem wait what warum war es jetzt was anderes was ich bin gerade ein bisschen lost was was passiert denn oh mein gott die katzen jagen sich wieder oder nein die katze fordert einfach nur ein dass sie geknuddelt wird holy fuck also du da hinten bist scheiße aber dit slash sieht ja mal richtig lecker aus greif bitte mr brah an ich weiß drauf ich tue allen weh auch meinen ich habe meinen pokémon fast getötet mit meinem eigenen pokémon ups zum glück hat das falsche angegriffen na komm hoch komm her ich hätte ja nicht gedacht dass jetzt noch mal team rocket mit glieder kommen ich dachte ich laufe jetzt wirklich bloß bis zu dem zapptos durch katze raff dich komm hoch na komm ach du bist so ein du bist so ein dummer hoden oh mein gott katze das ist das karon lass das hat die katze weggerannt ich bin zu leicht abzulenken den hatten wir doch auch schon mal oh ok ok das hat weniger schaden gemacht als ich erwartet habe das ist jetzt ungünstig aber fuck oh fuck komm eine attacke muss durchgehen und es reicht es ist so gut ich beneide jedes spiel das keine random encounter hat ok also sie behauptet sie hätten die anderen beiden legendären pokémon schon was schwierig ist weil ich die habe executive kelly alter ist das wie geil das sieht aus wie wie aus ähm äh es ist ne last of us gut das war relativ smooth roytoys ist irgendwas mit oh mein gott wieso ist das cool wieso war meins nicht cool gold rio ich hab ein bisschen das gefühl gold button mit nem ne lass mal gucken ok ich hab schon wieder daneben gelegen aber vollkommen ein enteron mit nem äh dicktri dickt ne ach ich weiß nicht wie es heißt goldenrod city wo ist denn goldenrod city kann ich mich jetzt mit ihr boxen kann ich ja er lässt es zu sterbe ich ja ich sterbe ich würde tatsächlich artiflame reinschicken weil das hoffentlich nicht gleich killt probier uns jetzt gleich mal mit nem mit nem ball fuck probier ich es nochmal ich hab ein bisschen angst dass ich es töte ich hab Angst dass es mich tötet komm 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 du bist ein arschloch hilft das ne gar nicht und er killt mich ich könnte ihn verwirren aber dann bringt er sich vielleicht selbst um das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ich glaube ich muss einfach gambeln komm komm zu müssen jetzt einfach schmeißen das fand ich mal eins komm schon eins zwei drei okay uh mein handy ist runtergefallen ich hab alle drei legendären pokémon kann irgendeinem Mann oder Viecher dick ne kann ich irgendeinem Mann oder Viecher dick beibringen und ich hab dick nicht schwierig schwieriges Publikum oh jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück rennen ich grastee aus ich hab ein bisschen gehofft dass ich dran fassen kann um mich und all meine pokémon zu töten jetzt auf den letzten Meter will er mich nochmal unterhalten ich bin zwei Schritte gelaufen du bist ein richtiger frailer alter du bist ein richtiger frailer alter wait hat er einfach es sind beide gemischt oh nein das hat gar keinen Schaden gemacht wer bist du golden road city ok train da ich jetzt die ok da ich jetzt ein ticket bekommen habe scheint es so zu sein dass die woanders sind das ist natürlich richtig lecker also dann haben die anscheinend eine story gemacht die über sämtliche bereiche geht also über sämtliche regionen aber zuerst gucken wir ob wir bei Giovanni reinkommen was der Typ will mir Holzlatten geben wenn ich ihn in einem pokémon Kampf besiege ich spüle das viermal weg warum mache ich das gerade warum warum habe ich die wow ok das ist ja scheiße das bedeutet ich muss zuerst nach Joto uns fehlt noch der eine Orden ich dachte wir können jetzt tatsächlich zu Giovanni rennen und den Orden machen aber anscheinend ist dies nicht der Fall na dann würde ich sagen wir gucken erst mal kurz nach Safran City und fahren mal mit dem Zug rüber aber also es gibt dann dort gleich die Möglichkeit zu sagen jo ich mache die nächste Sache würde ich da jetzt nicht weitermachen weil das ist gerade keine Ahnung ich habe mehr erwartet oh nein ach ernsthaft jetzt ist hier kein Arenalader holystadt das ist gerade dem das Spiel gerade aufgebrochen ähm okay wir machen das Quiz und danach machen wir aus ähm ein DNA Reverser 300 200 Togetix höchster Start ich würde sagen Special Defense das war sogar richtig und Feuer und Feuer was kann Miltank nicht lernen na Cut Violet City Violet City östlich Violet City ist das ne warte doch Rock Tunnel oder ja jetzt muss ich mal auf die Karte gucken welches waren Violet City ist ich glaube ich verwechsel das gerade ach Violet City ok Ruins of Alve und Dark Cave ich war gerade in der anderen Region welcher macht welcher macht boah keine Ahnung Draco Meteor oh gut also das bedeutet jetzt muss ich raten es ist auch nicht Super Power ach ich raste aus ich hab durchgespampt und hab die erste Frage falsch beantwortet ok juhu irgendwie hab ich erwartet dass die jetzt hier drin sind also in der zweiten Generation war hier Team Rocket also machen wir wieder das übliche wir machen eine Bestandsaufnahme so Harry zu deiner freien Verfügung steht jetzt ein Sneasel ein Pyukumugu was für ein scheiß Name ey und ein Zaptos außerdem haben wir schon mit also ich hab Umbreon wieder frei gemacht Akasul sieht cool aus aber ich weiß zum Beispiel nicht ob ich es mitnehme ich weiß nicht wofür und was auch immer du damit wolltest ist außerdem ich weiß nicht mehr wie es richtig heißt aber ich find das viel cool er hat was so mit diesen Pokemon mia 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 ciao kakao und um die in Untertitelung des ZDF, 2020